Der Weihnachtsvideo Weihnachtszeit Alles ist völlig verschneit. Überall liegt die weiße Pracht, schmückend und entzückend wie eine ruchwertige Tracht. Klein Franzi im völligen Weihnachtswahn wünscht sich ein Fahrrad, drei Spielzeuge und mindestens einen Haar. Seine Wunschliste fest unterm rechten Arm geht er zu Mutti mit seinem kindlichen Charme. Die Mutter vom Drohnenkonsum geplant hünt die Liste entgegen und sagt, du magst, das alles sollst du bekommen, ohne Zorgung, denn das ist wahrhaftig mein letzter Stoff. Doch am Weihnachtsabend lag nur unterm Baum ein billiger Fußball aus Mamas Raum. Die Mutti, völlig zugedröhnt, meint nur, sie habe ihn nicht verhöhnt. Denn mit Kokain war tatsächlich endgültig Schluss. Dann doch lieber LSD. dann doch lieber L Untertitelung. BR 2018